Herzlich Willkommen bei Jan und Maxi. Heute, weil ja Ostern fast ist, haben wir für euch etwas vorbereitet und zwar das perfekte Türchen zu uns in die Eltern. Das war mir jetzt schon mal eingekommen. Und dann noch das hier. Und das Wichtigste sind die Nüffel-Eintracht. Okay, lassen wir es doch schon. Also, um es jetzt noch mal genauer zu beschreiben. Wir haben hier den Osterhasen, die Milka-Hex-Busküte. Und dann noch Milka-Loo. Milka-Loo. Action-Brick. Und nicht zu vergessen, Maxi. Maxi, wo bist du denn? Und wo will der essen? Die Löffel-Eintracht. Ja, und noch irgendwas vom Decker. So sehen die aus. Dann haben wir noch etwas sehr leckeres. Und zwar das Osterhasen. Osterhäschen. Sehr, sehr lecker. So. Und dann stellen wir das nach. Und das Osterhasen zusammen. Ihr könnt einfach ein Karton nehmen. Oder ein Schälchen. So da vielleicht noch so ein bisschen getrocknetes Gras rein oder so. Dann nehmen wir dann einfach. Wenn es für eine Person ist oder für eure beiden Eltern. Dann tut ihr ein oder je nachdem zwei. Vielleicht macht ihr auch zwei Einzelne. noch die Gäste rein. Nein. Ein Gäste weiter nach vorne. Das andere nach hinten. Und dann kommt ihr noch so das Ferreron Küsschen in der Mitte. Vorne. Vorne tut ihr dann einfach so Milk-Kalbum hin. Dann nehmt ihr. Dann nehmt ihr. Dann nehmt ihr. Dann nehmt ihr. Nehmt das. Und das passt schon viel besser aus. Dann tut ihr hier vorne. Die I love Milk-Kalbum. Ja. So sieht es dann auch aus. So. Ist auf jeden Fall auch rechtlich gefüllt. Die Tasche lassen wir jetzt schon. Mit irgendeinem Video. Und wenn ihr Interesse habt. Was mit dem Rest passiert. Dann machen wir noch ne Oster-Challenge. Betten essen plus X-Aussagen. Es ist also ne Doppel-Challenge in einem drinnen. Und das machen wir jetzt mit dem Rest. Klickt einfach auf dem Bildschirm. Wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und wenn ihr es ansehen wollt.